Matthias Suraim, 63, hat seine Fans kürzlich mit einer tollen Neuigkeit aus seinem Privatleben überrascht. Im Rahmen der beliebten TV-Show Schlagerboom 2021 haben der Schlagersänger und seine Frau Christine Stark nicht nur verkündet, dass sie heimlich geheiratet haben, das Paar erwartet auch den ersten gemeinsamen Nachwuchs. Während es für den verdammt, ich lieb dich, Interpreten bereits das siebte Kind ist, ist es für die werdende Mutter das erste Baby. Aber wie geht es Christine eigentlich im Laufe ihrer ersten Schwangerschaft? Mein Babybauch fühlt sich wundervoll an, schwärmte die 32-Jährige jetzt gegenüber Bild und verrät zudem, ich habe schon sieben Kilo zugenommen. Allerdings würden bei ihr im Moment auch die Hormone verrückt spielen. Ich bin emotional viel weicher geworden. Bei jedem Disney-Film fange ich an zu heulen, berichtete sie aus ihrem Alltag als werdende Mutter. Aber auch Matthias Gemüt habe sich im Laufe der Schwangerschaft verändert. Auch ich bin weicher geworden. Wenn Christine ihre emotionalen Momente hat, dann bin ich für sie da, erklärte der Musiker und nannte ein paar Beispiele, ich bringe ihr dann eine Wärmflasche für ihren Bauch. Christine schläft mehr als früher und ich sitze dann daneben bei einem Bier und bin glücklich. Tipps für Promiflash? Einfach e-mail n-tipps-at-promiflash.de Tipps für Пом cm 1. Tipps für 3. Kommissar, trackopf! Tipps für's hammer und die Peter bubble 3 Definitely Yep